Das unsere Gebete wie Bayrauch am Vorsteigen vor ihm, der Gebete. Das unsere Gebete wie Bayrauch am Vorsteigen vor ihm, der Gebete. Das unsere Gebete wie Bayrauch am Vorsteigen vor ihm, der Gebete. Das unsere Gebete wie Bayrauch am Vorsteigen vor ihm, der Gebete. Das unsere Gebete wie Bayrauch am Vorsteigen vor ihm, der Gebete. Das unsere Gebete wie Bayrauch am Vorsteigen vor ihm, der Gebete. Das unsere Gebete wie Bayrauch am Vorsteigen vor ihm, der Gebete. Musik Father, in the mighty name of Jesus I pray I pray that today you will visit us in this premises Father, I pray that you let your Holy Spirit move this church service I pray that you grant us with you into this Let our mouth be cherished, O Lord And Father, give us the power to pray In the mighty name of Jesus I pray, Amen Amen Oh, praise the Lord Hallelujah Praise the Lord Hallelujah We call our Praise and Worship Team to come here Our Praise and Worship Team, wer sich hier schon steht, wird uns leiten Hallelujah Amen Our God is good Our God is good And all the time God is good Oh, shall we humbly rise up to our feet as we sing and sing praises to our maker I was glad when they said unto me Let us go to the house of God, said David Let our joy be seen on your face as you sing and you dance Amen 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 I was glad when they said unto me I was glad when they said unto me I was glad when they said unto me Let us move it to the house of God Oh, I was glad I was glad when they said unto me Let us go into the house of God I was glad when they said unto me Let us go into the house of God Let us go into the house of God Amen. 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 Es ist jetzt die Zeit, den Herr anzubeten. Es ist jetzt die Zeit, den Herrn anzubeten. So, wherever you are, please focus solely on the Lord. Denn es ist allein durch ihn, dass du am Leben bist. Allein durch ihn, dass du hier stehen kannst. Und allein durch ihn, dass du atmen kannst. Und allein durch ihn, dass du atmen kannst. Die Bibel lässt uns wissen, wie ich immer sage. Und ich möchte noch mal sagen, die Bibel lässt uns wissen, dass alles, was Atem besitzt, den Herrn preisen. Du wurdest dazu berufen, auf deine Knie zu gehen und ihn einfach zu loben. Du wurdest dazu berufen, auf deine Knie zu gehen und ihn einfach zu loben. Ich möchte, dass du anfängst, ihn zu kreisen. Ich möchte, dass du anfängst, ihn zu gepreisenst hast. Du möst, ihn zu essen. Du täp, ihn zu. Ich möchte, dass du immer, ist, werden. Ich tue einmal, du bliebten, wirst du immer, wirst du immer wieder. Duまあst, ich antisch, daстрale ich in, ein Mensch, das prin Folks, der Bereich der Gott. Das coupled, ist in den Roster der Loppen, wenn du, ist. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Jehovah is your name, Jehovah is your name, Jehovah is your name. Jehovah is your name, Jehovah is your name, Jehovah is your name. Jehovah is your name, Jehovah is your name, Jehovah is your name. Jehovah is your name, Jehovah is your name, Jehovah is your name. Jehovah is your name, Jehovah is your name, Jehovah is your name. Amen. 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 God, all by yourself, who can stand before you, who can contend with you? Nobody at all. That's why we are here, O Lord, to give you the praise that you are worthy of, the worship that you are due of, because it is you, and it is you alone. We magnify your name this morning, and we say, take glory, Father, take glory, Son, take glory, Holy Spirit, in Jesus' name, and we pray and worship you with thanksgiving. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Let me hear your voice. Praise the Lord. We thank the Lord for a day like this. As we all know, today is our summer convention. Aziz Dimcha would like to acknowledge the presence of our leaders among us. Today, we are highly blessed and highly favored. Our Father is in our midst. Unser Vater is in our midst. As we all know, he could have gone to any other place. Because our services are being held in all the local, but because of the abundant grace. And then, the everlasting love. It has pleased the Lord to bless us with our Papa, our national head, Apostle, Ebedezami, Oda Ifri. And then, we have our mama also in our midst, our mother Rosalyn. We have our mother, and our mother Rosalyn. I'll hand over the podium to our national head. I'll hand over the podium to our Apostle. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Es ist ein Morgen, den der Herr geschaffen hat. Und die Gnade und der Frieden, die vom Herrn kommen, mögen bei euch sein. Wir befinden uns gerade im Sommerkonvention. Und wir wissen alle, dass es so warm draußen ist. Aber genauso werden wir heiß sein im Geiste. Amen. Und zwar zur Herrlichkeit Gottes. Wir kennen alle das Thema des diesjährigen Sommerkonventions. Und zwar finden wir das in Psalm 141, Vers 2, also der erste Teil von Psalm 141, Vers 2. Und da steht, lass mein Gebet vor dir gebracht werden, wie weich auf. Lass mein Gebet vor dir sein, wie weich auf. Wir lesen aus Psalm 141, Vers 1 und 2. Und auch aus dem gleichen Kapitel, Vers 8 bis 10. Und anschließend lesen wir aus Offenbarung, Kapitel 5 bis 8. Also beginnen wir bei Psalm 141, Vers 1 und 2. Also beginnen wir bei Psalm 141, Vers 1 und 2. Und dann Vers 8 bis 10. Und danach aus Offenbarung, Kapitel 5, Vers 8. Und Training, Kapitel 5, Vers 1 bis 10. Amen. Amen. Now, when we are taking the scroll, the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the land, each having a heart and a golden bull full of incense, which are the prayers of the saints. All of these are the prayers of the saints. Zu dir, Herr, flieh ich hin, schütte mein Leben nicht aus und schütze mich vor dem Netz, das die Bösen mir legten, den Fallen, in die ich hineinstürzen soll. Lass sie stolpern in ihren eigenen Strick und führe mich sicher an ihnen vorbei. Amen. Jetzt lese ich aus Offenbarung, Kapitel 5, Vers 8. Und zwar steht die Studie, als das geschah, warfen sich die vier mächtigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe und außerdem goldene Schalen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Das sind die Gebete der von Gott geheiligten Menschen. Nochmal wiederhole ich, das sind die Gebete der von Gott geheiligten Menschen. Amen. Alle von uns wissen, wir wissen alle, in was für einer Situation sich die Welt befindet zurzeit. Präsidenten und Minister der Regierungen und auch Fachwissenschaftler, die sich mit Epidemiologie und auch mit Präzision befassen. Ärzte und Krankenschwestern, sehr viele medizinische Fachleute, die Reichen, aber auch die Armen, wir alle kämpfen gegen einen gemeinsamen Feind, und zwar gegen Corona. Und keiner hatte jemals eine Ahnung. Und diese Krankheit tötet viele Menschen und Menschen haben Angst. Bevor man in dieses Semester kam, war es so, dass die Schulen geschlossen waren. Selbst die Tatsache, dass die Schulen ab dem nächsten Schuljahr wieder geöffnet werden, hat sehr viele Regelungen mit uns gebracht, denen wir alle folgen müssen. Und es war sogar so, dass gewisse Instrumente verboten waren in öffentlichen Stellen, die durften dort nicht gespielt werden, wie die Harfer- oder Glasinstrumente. Und alles gemacht, damit die Menschen heil und sicher werden. Und wenn du in Deutschland lebst, kann es so leicht passieren, dass du die Tatsache ignorierst, dass wir uns in einer Pandemiezeit befinden. Und zwar, weil der Herr so gnädig gewesen ist, dass er die Pandemie ein bisschen ferngehalten hat von Deutschland. Aber Menschen, die dachten, die hätten so große militärische Ausrüstungen, mit denen sie kämpfen konnten, wie alle kämpfen gegen dieses dreckige Virus. Und bei diesem Sommerkonvention, es ist so, dass es nicht nur um Corona, dass es sich nicht nur um Corona-Virus dreht, sondern es gibt Herausforderungen im Leben, es gibt böse Menschen, die Pfannen für uns stellen wollen. Und dieses Psalm wurde von dem König David geschrieben. David begann, indem er sagte, Herr, ich schrei zu dir, und beeile dich, komm zu mir. Be quick to me. Denn David hatte das Gefühl, wenn sich der Herr ein bisschen verspätet, dann befindet sich da eine Feinigung. Deswegen hat er zu den Barmherzigkeiten Gottes gerufen, und deswegen sagte er, höre doch auf mich, wenn ich rufe. Dann hat David etwas erwähnt, was sehr wichtig war. Er sagte, lass mein Gebet wie Weihrauch vor dir gesetzt sein, und meine erhobenen Hände wie ein Opfer zur Nacht. Lass mein Gebet wie Weihrauch vor dir gesetzt werden. Für einige von uns in den Pfingstgemeinden, ist uns die Wichtigkeit von Weihrauch nicht bekannt oder bewusst. Aber für diejenigen, die in den katholischen Kirchen gewesen sind, ich möchte das so erklären, dass wir verstehen, worum es hier geht. In den katholischen Gemeinden haben die Priester der Renegier Bänder an. Und dann haben sie einen Schüssel mit dem Weihrauch verbringt. Und sie haben quasi einen Schüssel mit dem Weihrauch, und den heben sie immer hin und her, damit der Weihrauch da rauskommt. Und man mag sich fragen, warum brennen wir oder warum geben wir hier keinen Weihrauch in der Kirche. Und wenn du dich in der Nähe von Menschen befindest, die Weihrauch opfern, wirst du merken, der Duft ist sehr schön. Aber im Alten Testament Gott sagte Moses, er sollte ein Altar aus Weihrauch bauen, so dass er den Herrn brennt. Aber das war das Gesetz zu den Zeiten von Moses. Aber bevor dieses Gesetz oder diese Gebote gegeben wurden, war es so, dass es Menschen gab, die vorhin Weihrauch dem Herrn geopfert haben. Und es war so auch wie Weihrauch. Die erste Person, die geopfert hatte, war Abel. Er gab seine Opfergabe, und der Herr hat diesen respektiert. So sehr, so dass der Herr diese Opfergabe annehmen musste. Und die Opfergabe seines Bruders aber ablehnen musste. Da war sein Bruder sehr böse. Und er hat ihn angeschaut. Warum wird deine Opfergabe angenommen? Und die erste Prophezeiung des Herrn überhaupt war die Prophezeiung, die der Herr Adam und Eva und auch dem Satan gegeben hat. Und die zweite Prophezeiung überhaupt den Menschen ging zu Kain. Und er sagte, Kain, die Sünde befindet sich an deiner Tür. und die Sünde bekriecht sich vor deiner Tür. Es ist so wie ein Hund, der sich gerade darauf vorbereitet, zu springen, zum Angriff. Und dann sagte der Herr, du sollst diese Sünde überwinden. Leider war es so, dass Kain die Sünde nicht überwinden konnte. Und er hat seinen Bruder umgebracht. Und Gott musste ihn dann quasi auszeichnen für die Verdammung. Die zweite Sache, was ein Aroma vor die Nase Gottes gebracht hat, war Noah. Als er aus der Arche herauskam, er hat ein Altar gebaut. Und er hatte die reinen Tiere. Der Bibel sagt, wenn Gott kam und die Opfergabe gerochen hat, ist diese empolgestiegen und zwar zum Herrn als wohlriechende Opfergabe. Und dieses ist geschehen, bevor das Gesetz gegeben wurde. Aber als der Herr das Gesetz gab, er gab den Kindern das Recht zu brennen, weil Gott das Aroma der Insel hat er den Kindern das Recht gegeben, Beirauch zu brennen, weil er diesen Geruch so sehr geliebt hat. So, they have burned incense all throughout their lifetime until the day of David. And God said that he inhabits this Aroma, this wonderful Aroma. So, David was in crisis. I may not know what kind of crisis you may be in. But the world is in a crisis. But this crisis needs divine intervention. But this crisis needs divine intervention. This crisis needs divine intervention. So, David appeared to the message of God. I cry to you. And he said, make haste to listen to me. Herr, ich rufe dich an. Komm schnell. And give ear to my prayers. Und hör doch auf mich, wenn ich rufe. They said, let my prayer be said before you as incense. Wie wei rauf. Let my prayer be said before you as incense. Lass mein Gebet vor dir sein wie wei rauf. The lifting up of my hands as evening sacrifice. And my erhobenen Hände wie ein Opfer zur Nacht. In the Bible, whenever God time or what we call the evening sacrifice appears, six times in the Bible the Bible mentioned the evening sacrifice. It was like Elijah and the Baal-Prophets. When they were arguing who is God Elijah said take one Bull and offer to your God. They cried from morning to the evening and God did not answer. But the Bible said when it was evening sacrifice. but the Bible said as it the time for the Abend for the Abend called the people come to my offering or my altar. Da hat Elijah die Propheten zu sich gerufen und sagte komm zu meinem altar und kipp Wasser auf dieses altar. Lass das Wasser überlaufen. Und dadurch dass sein Gebet so wie Weihrauch war was vor dem Herrn gesetzt wurde und Opfer von Haft sagte er der Herr der mit Feuer antwortete der Gott von Abraham Isaac und Jakob möge er auf mich hören. Und sofort kam Feuer und zwar weil es die Opfergabe zur Nacht war. Und sein Gebet wurde vor dem Herrn gesetzt gebracht als wohlriechendes Aroma. Heute Morgen mag ich zwar nicht wissen in welchen Herausforderungen er befindet aber ich bete dass dein Gebet vor dem Herrn gesetzt wird wie ein duftendes Aroma. Der Psalmist hat gebetet dass deine Augen auf dem Gebet werden. Er sagte lass meine Seele nicht verwahrlost sein. Bewahre mich vor den Fallen in die ich hineinstürzen soll. Manchmal werden Menschen Böses für dich planen. Das nennt man ein Strick oder eine Falle. Der Psalmist war sprach und David war sprach dass Gott mich von der Trappe hat vor mir hat David der Psalmist gebetet Herr bewahre mich vor diesem Fallen der für mich gesetzt wird. Und da sind die Menschen die Böses planen. Und David sagte lass die fallen in deren eigenen Strick und führe mich sicher an ihnen vorbei. Erinnert ihr euch an den Mann in der Bibel namens Mordecai? Und es gab einen zweiten Mann namens Hermann. Hermann hat eine Falle gelegt dass Mordecai da rein stirbt soll. Und nicht nur Mordecai sondern alle Juden sollen sterben. Aber als die dann alle zum Herrn gebeten haben Esther Mordecai die ganze Israeliten haben zum Herrn gebeten und deren Gebet ist vorgestiegen die Weihraube und der Herr hat die Situation umgedreht. Im Rahmen dieses Sommerkonvention muss Kraft übertragen werden. Was hat been laid aside for you you escape safely and the enemy will fall into their own trap. fallen die vor dich gelegt wurden dass du da rein stürzt es wird so sein dass deine feinde stürzen und du wirst entkommen. David hat gesagt lass mein Gebet vor dir sein wie Weihrauch und die hatten die ganze Weihrauch gebrannt. Aber in Offenbarung steht der Grund weshalb du nicht siehst dass irgendein Weihrauch brennt in Offenbarung sagt die Bibel die Schale was mit Weihrauch gefüllt ist sind die Gebete der Heiligen es heißt wenn du vor dem Herrn kommst und anfängst ihn zu preisen ihn anzubeten und seinen Namen zu segnen da bringst du den Weihrauch vor dem Herrn die Gebete der Heiligen sind dieser Weihrauch der gebrannt wird ich weiß du bist gotts special treasure gotts special treasure es sind heilige Menschen die nennt man die heiligen und deine Gebete wird zum Weihrauch dass wenn der Herr in diesen Saal reinkommen soll und diesen Duft deiner Gebete riechen soll dass Gott den Duft deiner Gebete riechen dass es so emporsteigt wie Weihrauch in der Nase des Heeren reinkommen da tritt der Herr in ein Bündnis mit seinem Volk dem Alten Testament lässt uns der Herr verstehen niemals werde ich die Welt zerstören mit Wasser Aber für uns für dieses Jahr 2020 sagt der Herr niemals werde ich euch zerstören mit Corona niemals werde ich euch zerstören und zwar mit irgendeiner anderen Krankheit Du wirst niemals in die Falle des Feindes hineintappen Du wirst nicht da reinstürzen Die Herausforderungen die du durchführen wenn deine Gebete vor dem Herrn sind wie ein wohlriechendes Opfer da kommen die Segen seines Bündnisses mit dir über dein Leben Ich bete für diesen Morgen dass unsere Gebete vor dem Herrn stehen wie ein wohlriechendes Opfer oder ein Aroma Ich spreche nicht von den Düften von Douglas Dort kann man hingehen um gewisse Düfte zu finden Die riechen zwar gut es gibt gewisse Aromen wenn wir zu Louis Vuitton gehen Da kann man die Düfte von Douglas nicht mit den von Louis Vuitton vergleichen Und dieses Aroma das ist von deinem Gebet raussteigt da wird der Herr sagen Das ist zu gut Ich kann nicht anders Ich kann nicht helfen Aber zu in ein Bündnis zu und ihm das geben was er im Leben braucht Möge dein Gebet vor dem Herrn stehen wie Weihrauch Möge der Herr Dich segnen und der Pastor wird nach vorn kommen Gebete vor dem Allmächtigen Herrn gebracht werden, wie Weihraus, und dabei wird er ein Bündnis mit uns schließen, dass alles, was er gesagt hat, auf jeden Fall in der Füllung wird. Öffne bitte deinen Mund und sprich mit dem Herrn. Sprich mit dem Herrn. Bete zu Gott, als wir beten, dass unsere Gebete ervorschreiten, wie Weihraus, und zwar zu ihm, an die Gebete der Heiligen. Gott, als wir. Gott. 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 Amen. Your Majesty, O Lord of God, how great I am, you and Lord. Why, dear, I hear me in right words, standing up of your holy name. O Lord, we love and worship, awesome God, how great I am, you are God, almighty. We are your miracle, oh, we stand in awe of your holy name. O Lord, we love and worship, awesome God, how great I am, you and Lord. Spirit of the living God, we give you all the glory this morning. We thank you for our lives. We thank you for accepting our prayers as incense before you. That, Lord, as we go through challenges in this era of pandemic, Lord, if your people pray and they become incense before you, and you make covenant with us, that you will not destroy us. Lord, we are praying that in this era of pandemic, COVID-19, Lord, you will not allow pandemic to destroy us. In the mighty name of Jesus, we pray, O Lord, that we will live and declare the good things. And every snare, every blot, every negativity that is ahead of us, Lord, may we escape. May we escape that victory will be ours this morning as we stand before you. If any of us is going through challenges, if any of us is going through challenges, and he's about to give up, he's about to throw the towel. Whatever the challenge may be, with you, all things are possible. If David prayed and you answered him. If Elijah prayed and you answered him. If Ezekiah prayed and you answered him. It is our time, O Lord, that our prayer will rise as incense before you, so that you will answer us. We thank you and we bless you for listening to our prayer. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Let's quickly prepare ourselves and bring our titan up. Amen. 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 We praise your name. We praise your name. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. What shall we say to our daddy? God richly bless you. As we all know today is our summer convention. Wie wir alle wissen, ist heute der Tag unseres Sommerconvents. Und an Tagen wie diesen sollten wir zur Herrlichkeit Gottes opfern. Wir müssen Gott die Opfergabe bringen, die er mag und die er annehmen wird. Wir müssen Gott eine Opfergabe bringen oder ein Opfer bringen, was er als Weihrauch annimmt. Ich will, dass du jetzt deinen Kopf senkst. Und hol deine Opfergabe raus. Und bete über deine Opfergabe. Und plähe den Herrn an, deine Opfergabe anzunehmen. Und zwar als Weihrauch mit wohlriechendem Aroma. Damit er sein Angewicht zu dir hinwendet und mit dir ein Bündnis schließt nach dieser Opfergabe. Bete über deine Opfergabe. Und bereite dich darauf vor zu opfern. Und zwar eine Opfergabe, was eine ist mit wohlriechendem Aroma. Durch die du erwartest, dass der Herr ein Bündnis mit dir schließt. Amen. Amen. Wir werden jetzt Opfer für den Herrn. Wir haben schon darüber gebetet. Wir hoffen, wir glauben, wir vertrauen auf den Herrn. Dass er diese zu sich annimmt, als Weihrauch und Wunderschön im Aroma. Dass er ein sofortiges Bündnis mit uns schließt, nach dieser Opfergabe. Wir haben heute sehr fröhlich geblieben, und zwar in der ersten Messe. Und bei der zweiten Messe weiß ich, dass wir auf sehr freudige Art und Weise gehen werden. Dass der Herr ein sofortiges Bündnis mit uns schließen wird. Please, just be on your feet. Just be on our feet. As the instrumentalists give us something soft. Und die instrumentalisten werden uns ein ganz seichtes, leichtes Bündnis geben. I just want you to walk through God just today, and then come and offer the glory of God. Dabei solltest du ganz cool nach vorne kommen, und zur Herrlichkeit Gottes opfern. Komm und offer something that God will accept it as an insect with the aroma. Komm und offer irgendwas, was der Herr als Gutes zu sich annimmt. Und der good Lord will richly bless you. 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 Just walk through God just today, and can I offer to the Lord of God. Komm nach vorne und offere zur Herrlichkeit Gottes. Just as you put it in my hand, as I say, God will richly bless you. Komm und leg mir die Opfergabe in die Hände, und ich werde dir sagen, Gott will richly bless you. God bless you. This is God bless you. Mama God bless you. toma sie. разделoneéomeno familiares. Doubt sì. Gott, 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 Gott. Gott, 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 Gott. Gott, 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 Gott Amen. Amen. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Let us take our seats. Let us take our seats. You know, when it comes to offering, we should start changing our mind from the Corona era to post-Corona era. You know, it was during the Corona that we said, we don't have money, we don't have money. Now, Corona is over. So let us change our attitude to offering and God will bless us. This morning we are blessed. And before I continue, let us lift up our voice and then say, God bless you to our apostle once again. Oh, you can do better. You can do better. That's the last number of Deutsch, of Deutsch. God, segne dich. Amen. Amen. So today, the next activity on our program is an ordination service. Das nächste, was wir haben, ist eine ordination. Das heißt, wir rufen welche in das Amt. We are going to have ordination right now, right here in this house. Aber wir werden jetzt in dem Moment eine ordination haben. And then the Lord will bless us. Und der Herr wird uns segne. So even as, just before we go, I will call on our dear that the apostle, so that he will come and then take over for the ordination. Und der Herr wird kommen und das übernehmen. Also die in Amt. Die in Amt. Und der Herr wird uns und unseren Bruder. Andrews. Andrews. Asamoah, Boate. Asamoah, Boate. Now, steh hier bitte vorne. Er war eigentlich einer derjenigen, der ordiniert werden sollte. Aber leider war er nicht anwesend, weil er arbeiten musste. Und diese Woche ist er jetzt bei uns. Wir wollen ihn deswegen ordinieren. Er ist Teil der Nationalenleiter für Pensa. Und er ist sehr hilfreich dabei, die Sachen auf den Sozialmedien und auf Internet zu posten. Gib ihm bitte ein Mikrofon. In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead? in Präsenz Gottes und dem Herrn Jesus Christus, der sowohl die Lebenden als auch die Toten urteilen wird. Und angesichts der Tatsache, dass er wieder erscheinen wird, I give you this charge. Gebe ich dir diese Aufforderung. Predige das Wort. Be prepared in season and out of season. Sei sowohl während der Zeit auch außerhalb der Zeit vorbereitet. Correct, review and encourage. Weise zurecht Rüge und ermutige mit großer Geduld und vorsichtigen Anweisungen. Denn die Zeit wird kommen, wo die Menschen, die gute Belehrung nicht mehr haben wollen, stattdessen, um deren eigenen Gelüsten zu befriedigen, they will gather around them a great number of teachers to say what their 18 ears wants to hear. They will turn their ears away from their truth and turn aside myths. But Andrews, you keep your head in all situations. endure hardship. Do the work of an Evangelist. Discharge all the duties of your ministry. Amen. Dearly beloved, in the Lord Jesus Christ, as you are being separated this day to the office of elders, I charge you before God and in the presence of this congregation that you keep faithfully the covenant now enter into you between you and this church that you hold the mystery of the faith in a pure conscience. That in keeping with your high calling and zwar in entsprechend deiner hohen Berufung you will be diligent to frame and fashion your life and the life of the household according to the teachings of Christ. and make yourself and them as much as lies on you who are some example for others that you accept the talents that you the rules of conduct and duties of your office in their entire time that you submit yourself to the higher office in all things remembering that they who have used their office well purchased for themselves a good degree and good goodness in the faith which is in Christ Jesus. If you do accept saying yes I do when you that annimm yes I do Amen Shall we please stand on our feet please kneel down Heavenly Father I want to thank you and bless you for the life of Andrews today by the imposition of the apostolic hands on you I ordain you as an elder of this great church in the name of God the Father God the Son God the Holy Spirit May the Spirit of God come upon you and may you be transformed into another person May God use you to his glory and may your ministry be widened May he use you to help the church in Dutchland and abroad even as you coordinate between the church the Pensa International and also writing all the good things on the net is a great ministry we ordain you as an elder of this great church in the name of God the Father God the Son and God the Holy Spirit may you be blessed and may you be ordained and may the hand of the Lord come upon you in the Spirit of God in Jesus name Amen See Andrew should have married last week Saturday heiraten and unfortunately the Corona ended the marriage and the marriage have been postponed to next year but we are praying that wherever he finds himself the Lord will bless him how kindly ask beside the Heather to welcome our elder Andrews to the glory of God to his seat God bless you Amen We are grateful unto the Lord once again and we are gradually coming to the place of our service and langsam nähert sich to the message to the end please ask it is already informed you so wie wir schon angekündigt haben on the 21st to the 23nd you will be having a visit from our area ahead is so dass wir vom 21st bis zum 23nd achten wir Besuch bekommen von unserem Gegensleiter Bereichsleiter and then you will be taking it on the 21st and then on the 22nd on Zoom am 21st und 22nd August wird das auf Zoom stattfinden wir bitten euch alle daran teilzunehmen wenn ihr den Zoom link seht and then in September area head will come here in this location amen so I will call on the accepted to give the rest of the announcement and then we will say the christian prayer and we are done our services will come and give the encouragement and then get gebet amen amen we are taking the announcements for this week and once again all the programs follow us normal as always so wie immer gibt es die programme die stattfinden werden so tomorrow monday god will in us every monday we have prayers from 7 to 8 p.m. and then on wednesday we have grace to you as we always do wednesday from 6 to 7 p.m. and we bring Jesus to your doorstep and so please tune in on facebook and also on cop radio and instagram and jesus quasi zu euch zur tür also schaut bitte zu auf instagram und auf facebook und hört freitag halten wir die bibelstudie auch auf zoom und zwar von 19 bis 21 uhr samstag haben wir sehr warmes wetter und wir werden auch unser youth meeting halten und alle jugendliche in unserer Gemeinde kommen zusammen und zwar fahren wir gemeinsam nach stock pack und wir grillen die Zeit wird nochmal in die Gruppe gepostet dann wissen wir bescheid amen möge der her euch segnen amen 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 die letzte sache please the appreciation of the cop we have started already es ist ja so dass wir die alten lieder der pfingst gemeinde alle lieder der gemeinde anerkennen und wir haben schon damit begonnen so if you haven't started then you are late so you continue to follow us on all the social media platforms on facebook you get us on Sina photography Sina jekov photography on the youtube charismatic on facebook and instagram you get stuff but on youtube you get the uploaded videos so go and subscribe and listen to original pentecostal songs some songs that you sing sometimes you know how to sing other times you don't know how to sing go and listen to their original version and then god will bless you shall we be on our feet now let's bow our heads and then commit ourselves once again into the hands of god commit your week into the hands of god now let's receive the benediction now may the lord bless you may jehovah lift his countenance over you may he shine his face over you may he let your prayer be lifted to him as an incense go with the knowing that you have been given all the ingredients to lift up a prayer unto the lord which will be like an incense go in the peace of the most high god in jesus name amen god bless you so sollten den raum schnellstmöglich belastet wir sind sehr sehr spät dran amen so amen Vielen Dank.